Ich war stark, wie ich immer mache. Ich habe mich immer ein bisschen rausgenommen und bin eigentlich so schlecht gestartet. Und die Tragenpassage ist mir immer sehr gut gegangen. Ich war alle stark, ich habe versucht, mich zu halten. Ich habe sofort zwei Mädchen rausgezogen. Ich habe versucht, sich zu halten. Ich habe auch ein Schmerzen gemacht. Ich habe nicht klatscht. Ich habe nicht die Entschuldigung als K бmachen. Wenn ich auf die ersten beiden Reden anbauen. Als K sville waren wir in der Kiste auf die perfume. Wir haben alle Fähigkeiten gemacht. Ich habe alles angeschick, das wir mit der Kiste und ein Prischt und ein Problem haben. Ich war fast ein, eine der größte Überraschung. Es war der letzte Schritt, und ich bin mit Ivan und Robert. Die Fahrt war sehr schwer, sehr eisig und sehr schwierig zu fahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden über diese Entspannung so hart ist, aber ich habe es gemacht und ich habe den ersten Platz gewonnen. Ich habe es geschafft, aber ich werde lernen. Es ist ein 3er Platz. Es ist ein sehr guter Ergebnis. Ich bin sehr froh. Und hier sind wir, der offizielle Finale. Ich beginne mit Deborah zuerst. Die Manipulation war sehr gut. Und in der Fußspannung habe ich viel Kraft. Ich bin der 5er, glaube ich. Und dann in der Fußspannung habe ich mehr Positionen. Und ich bin der 3er Platz. Ich kann schneller gehen. Es war schneller. Von Beginn bis Ende. Ich habe ein wenig Fehler gemacht, wenn ich die erste bin. Die Deborah war super gut. Die Dauhrung war ein bisschen schwer. Ein bisschen verrückt. Aber sie hat eine sehr gute Veränderung gemacht. Und sie war die erste. Herzlichen Glückwunsch zu ihr. Und für mich bin ich glücklich. Aber ich hoffe, dass ich keine Fehler gemacht habe. In der nächsten Weltkampf. Ausgehen zu können. Da ist die Frage ab, ob Sie müssen die uv 감사합니다. Bis zum nächsten Mal.